So, meine Dopp-und-Händer macht noch gleich weiter. Hallo? Hallo? Oh... ...I can't get a good shot! Get the machine away from the police! Keepers attention! Ja komm. Ja, leck mich. Ja. Hallo. Alter, ich mach dich gleich wie ein Range Crit, ne? Lining up the shots! Ah, taking the shots! Got it! Gotta reload! Lining up the shots! Taking the shots! Now's my chance! Take that, machine! I hate those things. Gregolo went after Heikaro and Katalo. I gotta get to them. I gotta get to them. I gotta get to them. Dude. Hey. Hey. What the fuck? Cutalo! Cut. This isn't finished. I'll be back with everything I have. And all who stand with Hakaro will be run red. Out of tension. You fought well. Proved yourself against enemies both metal and flesh. I named you all Marshall. Your first order is to secure the arena from any remaining rebels. Go. I failed. I should have finished with Gala. But now she'll be back with more machines. Stronger than ever. I'll do what I can to help. No, you've done enough. Far more than our bargain called for. When we first met, you spoke of your true mission on which all depends. I wasn't certain if I believed you then. But I believe in you now. So leave me. And get to your task. What will you do? Tend to the wounds. What you need is there. Take it. Your deeds today will be remembered like those of the ten. This is it. The aether is below. What was this place? There. That console. Come on, aether. Time to go home. Yes. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Master Alvarite activated. Restoring aether's subordinate function to original code. Got it. Now to get this back to Gaia. The visions in the grove have changed. The words of the ten are now clear to us. The visions throughout the grove are different now. And this one, it just appeared. Is this your doing? Visions have changed. That's the one that inspired Chief Hakaro. More testimony of the old ones. Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Ann Faraday, the chief architect of the reconciliation effort, addressed a nation in need of hope. If we look into the future, the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction. That when we are united, we can overcome any threat. Join me. Join us in that conviction. As we strive for a nation and a world without want or war. As we strive for a nation and a world without want or war. Reporting for duty, Commander. I'm coming with you. But Hakaro needs you. Because of you, he has new marshals. And a rallying cry, the clans cannot ignore. So I will stand with you on your mission. Give whatever is left of my life. It is what I choose. How can I say no to that? So, there's someone who wants to join us. I need you to meet him in the foothills and guide him the rest of the way. Will do, Eloy. Go to the mountains, west of Plainsong. A friend of mine will meet you on the ascent. I'll join you when I can. A friend of yours. Should be interesting. All right. I need to get Aether back to Gaia. It seems like capturing it did something to the other holograms too. I think it was checking out. May honor, guys. Today with demand is sharpened. You should know that I got some new pieces since we last went toe-to-toe. Well, it's a good thing I have a little bit of a call, right? There's a couple of rounds down here. Okay. Okay. Let's go. Let's go. You can see the edge of that. I can't even do this one. Is that I can have anything more and do it. And to an extent, once I get in the middle of that, make I go. den und in den 1 wenn ich die müssen hab ich in den auch wenn ich gleich hier so halten eigentlich bin ich in der nähe ich habe trotzdem eine mission also von daher ich hatte ja irgendwann schmeißen kontroll an die wand ja 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 Ja. Grace? Well, they definitely don't sound like Rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. I like this. Oh! You're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. And my big Sasha's fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line. To your right. Other right! I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha! They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Aloy! Aaron, you're all better. And you're here. Well, the world only goes on. If you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right? We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh's friend arrived. Katalo. I heard the warriors drink people's blood. I wanna sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I've seen glyphs in my dreams already. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So, from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Uh... Oh, uh... Okay. Okay. The other ones like to dance. Well, they didn't have two left feet, like I do. I don't think so. No. What is this? Gaia? What is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Huh. Huh. So, this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. If I find the drones out in the wilds, I could get the data from them, use it to reconnect them, and restore the display. So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aluthia frequency. Aluthia. That's one of the subfunctions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that, at first, it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone, or something else. You don't think it's actually Aluthia? I am uncertain. What's S.O.S.? It is an old world code, a distress signal, a desperate plea for help. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything of note in that vicinity. Okay. And what about the other number in the message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it does not appear to have any significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. Why would Aluthia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Aluthia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function. Okay. So, either Aluthia is in trouble and sent the message hoping you were out there, or someone else is trying to get us to go to these coordinates, pretending to be Aluthia. That is my conclusion as well. Could the Zeniths be sending the transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So, maybe it's not them, then. Alright. I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course, it could be a trap. But if it really is Aluthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Okay. How do you know? I'll check it out when I can. That's a good one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... That's now the last mission. The last mission. You said... Aloy ended it for good, right? Gaia doesn't need it? I think we're all better. Heh. There she is. You ready to head out? Let's go. Look at us. Three battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? And we're all better. Mermin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der Kegg. Barl, sehen wir, ob es da ist? Auf geht's. Wir schauen, dass der Kampf. Wir beginnen mit dem Zenith. Es sind sicher, dass wir mehr Zeniths, als wir wissen. Ich glaube, dass du einen von ihnen kämpfst. Wir haben fast nicht geschafft. Na gut, na gut. Was, was die Rebels gemacht hat, hat sie unsere Schild. Aber warum ist sie hier? Ich kann die letzte Kommunikation, aber ich werde auch meine Fokus benutzen, um die battlefield zu spüren. Was ist die verrückte Waffe, die Zenith hatte? Es sieht aus, dass sie es kommen und gehen kann. Aber sie ist weg. Ja. Ja. Ach so, mach dein Ding. Ich werde hier warten. Der Schnee hat die Schild. Es sieht aus, dass die Rebels hier in einem Zeitraum kamen. Sie sind hier in diesem Bereich? Ich warte auf ihn. Schau давайте machen, wo die Schild hat. Ich bin hier in der Karte. Oder auch in dem Gedanzen? Ich bin hier. Was dagegen fährt? Er hatte, dass er die Arme auf Ihren finden... ... und er hat das noch nicht gegeben. Der Arme ist alsograpelige Geren. Ich verstehe, wie er funktioniert. Aber ich muss aufhören, wenn es cool ist. Der Specter hat die Instruktionen zu helfen, um den Asset zu retten. Ich weiß, was das Asset ist. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, was hier passiert ist. Ich muss zurückkommen. Okay, sie, die nicht gesehen hat. Was hast du erfahren? Das war ein beruflich geplant. Ich habe eine Camping-Gere gefunden, da oben. Die Rebels mussten haben diese Ort für mindestens ein paar Tage gedauert. Sie waren warten, um die Zenith zu kommen. All so, dass sie die Weben testen können. Die Zenith haben eine persönliche Schilder, die sie nicht verletzt hat. Aber die Weben hat die Weben verletzt. Die Oserum, die wir operiert haben, stimmte Daten an die anderen Seite. Ich war wahrscheinlich nur ein Prototyp. Ich weiß, die Tinkern zu machen. Ich mache eine kleine Trial-Runde, bevor ich die Realität verletzt habe. Ich glaube, es ist noch ein Work in Progresse. Wenn es er sich verletzt hat. Sie hat etwas, was sie verletzt hat. Sie hat eine Angelegenheit, um etwas zu retten zu retten. Sie hat eine Angelegenheit, um etwas zu retten zu retten. Die Angelegenheit? Ist das die Subfunktion, die du gesagt hast, könnte hier sein? Die Luthie? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht mehr. Komm, wir reden mit Varl. Das ist eine lange Zeit. Das ist ein langer Weg. Einmal etwas zurück in die Runde. Sie sehen, wie vor. Was ist es, muss es sein, dasselbe. Das Zenith, die Rebels haben, war für etwas, was... ...die Asset. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich denke, dass es irgendwo da unten ist. Okay, also gehen wir nach unten. Erend, bleiben hier und warten. Das Zenith ist nicht der einzige von ihren Kind. Ich will nicht von der Überraschung sein, wenn die anderen kommen. Kontakt uns bei focus, wenn Sie nichts sehen. Okay, wenn ein Problem entsteht, werde ich dich telefonieren. Los geht's. Es gibt eine Art von Old World Ruin hier. Sie sagten, die Zenith haben ihre eigene Backup von Gaia, richtig? Ja, aus dem Proving Lab. Also, vielleicht waren sie nach Eluthia. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Also, sie schickt die Zerstörung. Vielleicht. Es sieht aus, wie ein bestimmtes Datacenter. Ich könnte die Systeme von dieser Konsole beherren. Das war ein Forschungsprozess. Es sieht aus, wie viel Daten wurde von hier aus. Von dem Gericht. So Eluthi ist weg? Wenn es hier war, dann wahrscheinlich. Aber warum sind die Zeniths immer noch für die Asset? Mal schauen. Also, erforschen eine andere Far-Zenith-Ruin. At least, diese nicht hat große Geheim-Killer-Machines. Oder etwas, was du aufbauen kannst. all this stuff wonder what they were doing here well knowing far zenith probably discovering amazing things for their own benefit yeah that sounds about right actogenic chambers like the ones i saw inside a zero dawn cradle facility this place keeps on going remember when i told you i was made not born this is how a machine that makes a person that's incredible this place is huge some kind of storage room maybe if it is somehow the zenith couldn't find it a control console to access the storage units can it tell us if the asset is in one of them well let's find out good at him 236 containers in storage please enter the container number you'd like to retrieve two hundred and thirty six wasn't there a number in the distress signal right i should check the wall nothing two hundred and thirty six containers in storage please enter the container number Ich habe mit 236 die Tram, oder? Ich habe mit 236 die Tram, oder? Ich habe mit 237 die Tram, oder? Ich habe mit 247 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 die Tram, oder? Ich habe mit 248 die Tram, oder? Er bleibt mit uns. Ich schütze sie. Ich muss vorbereiten, bevor der Spectre hier kommt. Ich kann es nicht durch den Varl und der Klone kommen. Ich schütze sie. Hier kommt es! Du bist der nur eine, oder? Hallo, ja, das meine ich, die brauchen noch zu lange. Ich kann das Ding scannen. Ich weiß, dass es einen Weakspot hat. Das Ding ist schnell. Oh mein Gott! Ja, guck mal, sie braucht immer so... Ja, komm... Guck mal, sie braucht einfach so fucking lange. Ich hab gleich keinen Bock mehr, ne? Ja, guck mal. Guck mal, Aloy? Ja, ich gehe nach oben. Bleib hier mit dem Klone für jetzt. Entschuldigung. Ich folge, wenn die Flucht ist offen. Hey, Aloy! Ah! Erend! Ja, der Spectre ist, dass die Seale in ist. Es hat mich... ...pinniert. Guck mal, ich bin da. Just hurry! Oh, das ist nicht gut. Ich muss nach Erend. Erend, ich bin hier! Watch out! Das Ding ist schüttend nach dem Zentrum. Ich bin da, ich bin da. 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 Elef aus. Und es ist fertig. Ja, Aloy, sie ist... Look, ich versuche, ich bin nicht krank, aber jetzt sehe ich doppel. Long story, aber es muss warten. Sie braucht eine Healer, aber wir müssen sie zurück in die Basis gehen. Right, ja. Well, was sind wir für, dann? Sie beiden, gehen wir weiter. Ich muss noch einen Blick auf diese Wehbe. Wenn ich herausfinden kann, wie das Ding funktioniert, dann wird die Zenas nicht so invincible. Was ist alles? Ich kann es für meine Stache später. Was scheint das Material? Oh, nein. Ich dachte, das Spiel liegt fast jetzt. F***er. Ich muss die Weapon Fragmenten nach Gaia analysieren. Wenn wir den Replicieren können, vielleicht haben wir ein Weg, um die Zenith zu schützen. Ich sollte auch den Klonen schauen. Verl, wo ist unsere Guest? Wir sind in der Unterrichtung des Unterrichtung. Okay. Hey, wo ist denn der Scheißausgang? Da ist ein Exit. Ja, komm, halt Small. Noch nicht mal speichern kann ich jetzt. Maarys hat sich eine Ahnung zu tun. Wie ist denn das Spiel? Ich denke, das ist auch so. Aber ich habe eine Akkutte von mir. Und ja, die bemerkt hat. Aber ich habe jetzt schon fast eine. Das ist die alarmierende Beispiel. Und ja. Also, ich habe dann, das ist auch oft ein bisschen mehr. Aloy, ich sehe, wir haben einen neuen Gast. Also wissen wir die Transmission. Ja, ich habe das auch bekommen. Die Weapon, die es war Teil von, irgendwie stripped die Zenith von ihren Schildern. Aber es funktioniert nicht. Wenn wir die Weapon wiederholen und verbessern können, vielleicht werden wir die upper Hand auf die Zenith bekommen. Ein Moment, ich werde es. Ich kann es. Komplett. Mit den Resultaten mit Daten aus Ihrem Fokus, kann ich sagen, dass die Weapon war sehr advanced. Im Vergleich zu Zenith-Technologie. Aber nicht wie es funktioniert. Die Explosion hat die Daten verloren? Es war nur ein Katalist. Als die Weapon mal funktioniert, wie es funktioniert. Es ist eine Angelegenheit, um alle Daten in ihren Schildern zu spüren. Obwohl, das war, um die Weaponen zu vermeiden, Okay. Es bleibt nicht geändert. Die zwei weitere Funktionen im Hintergrund sollten sich um meine Heuristik-Processing-Densität erhöhen, um die Hephaestus zu absorbieren. Genau. Ein Problem auf jeden Fall. Ich denke, ich besser auf die Klonne, bevor ich zurückkehren. Ja. Sie hat den Korridor nach dem Korridor gesteckt. Varl ist mit ihr. Genau. Vielen Dank, Kai. Ja. 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 Ich kann nicht auf die Aufnahme-Session vorwenden. Ich mach gerne manuelle Speicherpunkte. So, Fertigkeiten. Sechs hab ich, ne? Ja. Vier. Ich brauchte jetzt einmal drei. Dafür. Hier auch. Da brauchte ich eine. Und einmal den. Und einmal den. Und einmal den. Warum ist man das Horn-of-Man-O-S-Lotten besser geworden? Was ist denn eigentlich jetzt? Das... Ja. Ja, aus Sankt, genau. Das ist hier nicht so aus, von der Reihenfolge her. Und danach kommt zusammen in der Vergangenheit genau. Ja. 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 Ich habe versichert bei meiner Stubbohr noch gerne laufen, ne? Erst recht bei so Storygames. Oder war das doch hier? Ne, hier ist der Filter, da komme ich auch an denen vorbei, warum muss das, weiß ich, dass man das angucken konnte, dass man die Mission in Übersicht hatte. Also dieses Menü. Ich habe die Kontamination Submission abgeschlossen. Aber natürlich sagen wir jetzt, dass man das Spiel einmal vorher durchspielen muss, dass es dann wahrscheinlich angezeigt wird. Aber gut. Denn... Ich danke an der Stelle fürs Zugucken, für diese Aufnahme-Session. Und wir werden uns ja auch am nächsten Mal wiedersehen bei Horizon For Bad Investor PS4-Version. In der nächsten Aufnahme-Session, wie wir hier weiterspielen, möglicherweise wird in die dritte Aufnahme-Session gegebenenfalls auch eventuell die letzte Aufnahme-Session sein, weil wir dann wahrscheinlich den aber komplett durchgespielt haben. Das sehen wir aber dann. War mir schön, sage ich aber danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Wie noch ein? Wie miteinander dass wir immer noch einen Blick spielen können? Wie.